Nach heftigen Sturzfluten und Erdrutschen sind im US-Bundesstaat Kentucky mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Gouverneurs werden noch viele Bewohner vermisst. Sie seien im Schlaf von den Wassermassen überrascht worden. Es handele sich um die schlimmste Überschwemmungskatastrophe, die Kentucky je erlebt habe. Starke Strömungen erschweren die Rettungsaktionen und die Suche nach Vermissten. Um zusätzliches Personal und Ressourcen zu mobilisieren, wurde der Notstand in der Region ausgerufen.